So, wir sind live. Hallo zusammen. Wir sind hier in unserem Podcast unterm Strich. Ich bin der Flo und heute bin ich in schönen Bonn und zwar mit Guido Bayer hier in einem schönen Coworking Space. Guten Morgen, Guido. Guten Morgen, Flo. Willkommen in Bonn, einer wunderschönen Stadt. Vielen Dank. Ja, Bonn, schönes Städtchen am Rhein. Ja, absolut. Also ich komme aus mehr oder weniger Berlin, 25 Jahre in Berlin gewohnt. Bin vor 13 Jahren nach Bonn gezogen und habe das nicht bereut. Ich habe gedacht, wenn du hierher kommst, damals zur Telekom, dann musst du in Köln wohnen. Und dann habe ich gemerkt, Bonn ist eigentlich cool. Also du kannst hier viele Bedürfnisse erfinden. Viele Bedürfnisse, das ist gut. Ich glaube, das ist schon ein Wink auf unser Thema, was auch gleich kommt. Man könnte auch sagen, du hättest ein Faible für die Städte mit B, oder? Ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. Berlin, Bonn und für meine kleine Company Deep, die sich so langsam entwickelt, hatte ich tatsächlich irgendwann mal die Macke entwickelt, dass ich dachte, okay, ich suche mir Standorte mit B wie Boston oder so. Mal gucken. Okay, es kommt noch. Ja, du hast es schon angesprochen, Deep. Du bist da quasi CEO und Geschäftsführer von Deep. Was ist denn Deep? Deep ist mehr oder weniger entstanden, weil ich mit der Art und Weise, wie Experience kreiert wird, so ein bisschen heuristisch, wir lassen uns was einfallen und ein bisschen unsystematisch nicht so richtig happy war. Und ich wollte dem Ganzen eine Grundlage geben, bin Psychologe von Beruf und das, was Erlebnisse mehr oder weniger bestimmt, sind unsere Bedürfnisse. Die bestimmen darüber, wie wir irgendwas erleben. Und alle reden über Experience, keiner weiß, was das ist. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss man irgendwie was machen und habe ein System gebaut, wo 77 Bedürfnisse drin sind. Das waren nicht immer 77, als ich die entwickelt habe, das waren mal mehr, mal weniger. Irgendwann zum Schluss waren es dann 77. Gute Zahl, kann man sich gut merken. Und die haben wir beschrieben und mit dieser Beschreibung von 77 Bedürfnissen, was, sagen wir mal, eine sehr tiefe Analyseebene ist. Und da kommt der Name Deep dann her, eben so tief geht man nicht immer in der Research oder auch, wenn man jetzt was entwickelt oder dann misst, ob man das geschafft hat. Diese Bedürfnisseebene, die erreichst du halt einfach nicht, wenn du so an der Oberfläche bleibst. Das ist aber ein Beispiel. Jeder kennt wahrscheinlich von Henry Ford dieses Zitat, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen. Dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Das ist ein Beispiel dafür, wenn du nicht tief genug gehst. Dann musst du fragen, warum? Noch ein, zwei, warum Ebenen mehr da einbauen. Und dann kommst du tatsächlich dahin, dass Leute darüber reden, was sie wirklich bewegt, warum sie eigentlich irgendwas wollen. Was Leute wollen, können sie dir oft sagen. Aber warum die das wollen und dann bist du in der Lage, vielleicht andere Lösungen zu finden und die noch besser passen. Zum Beispiel jetzt gerade in solche Zeiten, wo wir ökologisch gute Lösungen brauchen, dass man vielleicht nicht das nimmt, was sonst immer gemacht hat. Wirkliche Innovationen kannst du dann schaffen, wenn du verstehst, warum Leute was wollen. Und dann gehst du einen anderen Weg und da fühlst du dieses Bedürfnis anders, als es vorher war. Das heißt, Dieb hat quasi den Anspruch, ein Stück weit das offen zu legen, was man vielleicht nicht so sehen kann. Und das sind halt diese tiefer liegenden Needs, die der Mensch hat oder diese Experience oder Bedürfnisse auf Deutsch. Und bist du ja nicht zufällig hier im Podcast, das müssen wir auch sagen. Wir haben ja gemeinsame Schabernack vor, also 80-20 und du oder Dieb, muss man sagen. Was machen wir denn? Ja, wir werden eine Konferenz zum zweiten Mal ausrichten. Die nennt sich Human Experience and Beyond. Hex Plus, ich bin so in der Abkürzung Hex Plus drin, die finde ich mittlerweile richtig gut. Und Human Experience and Beyond, das meint, dass wir, das haben sich so in den letzten 20 Jahren, ist Experience halt ein großes Thema geworden. Dann gab es das Customer Experience oder User Experience, damit begann das so ein bisschen. Ganz früher hat man so über Usability gesprochen, das war so der Anfang. Da ging es darum, Sachen müssen leicht zu benutzen sein, sowohl körperlich als auch geistig, so kognitive Ergonomie. Du musst halt wissen, wie Leute was wahrnehmen, damit du eine Webseite so machst, dass, sagen wir mal, der Blickfluss funktioniert. Das ist nur so eine Interaktionsebene. Das ist aber bei weitem nicht alles, was uns ausmacht als Menschen. Und die, dann, wenn wir über User Experience reden, da kommt das Wort Experience dann vor. Und dann ist der User eben halt immer noch so ein, jedenfalls früher war das so, so ein eingeschränkt auf diesen Moment der Interaktion mit irgendeinem Service oder einem Produkt. Davor passiert aber auch ganz viel und danach passiert auch viel. Dann kam irgendwann mal der Begriff Customer Experience ins Spiel. Customer, ja, wir betrachten den Kunden in seiner Ganzheitlichkeit. Wie nimmt der Informationen auf? Wie reagiert er auf irgendwas, was ihm erzählt wird? Marketing, was ist mit Marke und wie redet er später über ein Produkt? Und diese ganze, wenn du willst, ganze Interaktion, Customer Journey Mapping ist quasi die Methode der Wahl an der Stelle. Immer noch heutzutage ist das das Vornehmliche? Also ich denke schon, also ich würde, wenn ich, und machen wir ja auch öfter mal, wenn wir Produkte oder Service gestalten, zwei Sachen mache ich immer. Wir machen immer Personas und wir machen immer ein Customer Journey Mapping. Das ist aus meiner Sicht so zwei Herzstücke, die brauchst du, um zu verstehen, wer sind deine Leute und was erleben die mit dir und wo kannst du besser werden. Denn, was jetzt den Schritt zur Human Experience bringt, ist sozusagen, wenn du über diesen Begriff Customer noch hinausgehst und guckst, okay, wer ist denn eigentlich auf der anderen Seite? Wie wird sowas kreiert? Da hast du Mitarbeiter. Employee Experience ist mittlerweile so, würde ich sagen, seit sechs, sieben Jahren so auch ein Begriff, der ganz gut durch Kongresse wandert und wo man Publikationen so hat und wo viel gearbeitet wird. Ganz oft ist das allerdings, das fällt mir wirklich auf, ist das mehr so ein Management-Thema. Also wir machen Employee Experience Management. Also wir wollen natürlich, ja, jeder weiß, die Mitarbeiter, gute Mitarbeiter sind irgendwie schwierig zu bekommen und zu behalten. Wir wollen gerne, dass die auch, ja, was erleben bei der Arbeit, was sie irgendwie, ihre Bedürfnisse befriedigt. Aber die, was bedeutet Erleben eigentlich überhaupt? Was für Bedürfnisse sind wichtig bei der Arbeit? Und dazu haben wir auch viel Research gemacht und zum Beispiel sowas, wenn wir sagen, ja, ist irgendwie trivial, Respekt oder so. Das ist wichtig. Also die Tischkicker-Debatte, die ist ja Gott sei Dank vom Tisch. Also das Tischkicker-Debatte vom Tisch wandelt, die ist nicht mehr so wichtig. Das hat, glaube ich, mittlerweile jeder verstanden, dass New York kein Tischkicker ist. Ich habe gestern auf LinkedIn ein Bild gesehen mit einem Bandproberaum, das hat mir gut gefallen. Und ich habe gesagt, okay, das finde ich cooler, dass du Räume schaffst, wo Leute tatsächlich so ihr Potenzial so ein bisschen ausleben können. Und ja, man, fast jeder hat irgendwann mal ein Instrument früher in der Hand gehabt, irgendwie so mal Gitarre gespielt oder auf irgendwas rumgeklopft. Triangel war es bei mir. Ja, du hast in der Company bestimmt, würde ich mal sagen, lass 10% der Leute irgendwelche Instrumente mal gespielt haben. Dann kannst du eigentlich de facto eine Band. Ja, oder auch wenn man es nicht kann, ist es auch lustig, wenn man es trotzdem probiert. Ja, genau, richtig. Wenn du mal probierst, hey, E-Gitarre, mittlerweile kannst du so schnell sowas lernen, irgendwelche Kurse. Ja, das ist doch viel besser als Tischkicker. Aber das sind ja so Äußerlichkeiten. Aber was steckt dahinter? Zum Beispiel das Anregen von Kreativität. Kreativität ist ein Bedürfnis. Und jetzt schweife ich mal bewusst ab, was zum Beispiel sehr interessant fand, das haben wir vor ein paar Jahren schon gemacht. HR zum Beispiel, Human Resources, die fragen sich immer und Management auch, ja, wie kriege ich meine Mitarbeiter dazu, dass die mehr leisten? Dass die irgendwie motivierter sind, Leistungsmotivation irgendwie noch steigern. Und dann fängt man an, über irgendwelche Belohnungssysteme nachzudenken. Das ist Behaviorismus. Das ist sozusagen... Genere, ne? Ja, genau. Das ist so ein, wenn du das und das noch machst, dann noch höher springst, dann kriegst du ein Bonbon mehr. Oder du darfst ein Fahrrad-Abo haben oder du darfst irgendwie im Ausland arbeiten. Das sind schon Themen, die wichtig sind, eine Auslandarbeit und ein Fahrrad haben. Aber der Mechanismus, mit dem sozusagen das installiert wird in der Firma, der ist dann, wenn man es so macht, halt nicht cool. Der eigentliche Witz ist, das Leistung und Bedürfnis ist, das jeder Mensch hat. Und wenn wir uns zurückerinnern, als wir Kinder waren oder du beobachtest Kinder, jeder will den höchsten Turm bauen, jeder will am schnellsten rennen, jeder will sich am besten verstecken oder irgendwas. Das ist nichts Schlimmes. Also jeder hat erstmal diesen Impuls, ich möchte der Beste sein oder ich möchte irgendwie, vergleicht es sich auch mit anderen, ich möchte irgendwas ganz toll machen. Und das haben wir auch viel gemacht, wenn du Interviews führst mit Menschen, was waren eigentlich die geilsten Erlebnisse, die du während der Arbeit hattest. Und dann wirst du, also relativ unabhängig sogar vom Alter, feststellen, dass die Leute zu zwei Dritteln ungefähr darüber sprechen, dass sie irgendwas geschafft haben, was ihnen entweder keiner zugetraut hätte. Oder dass die Situation, das Problem war so groß, dass man eigentlich nicht dachte, dass man das irgendwie schaffen kann. Dieses Bringen einer besonderen Leistung, das steht nach wie vor im Zentrum von Arbeit. Und wenn du, und jetzt kommt der Schluss sozusagen dazu, wenn du jetzt als Management oder HR dich fragst, wie kann ich denn die Leute dazu bringen, dass die gute Leistung, ich würde sagen, die Leute wollen das von alleine. Das geht darum, dass du Umstände schaffst, in denen die das können. Dass du Prozesse minimierst, den Menschen mehr Freiraum lässt, kommt natürlich ein bisschen auf die Aufgabe an, ist klar. Aber dass die Leute halt sich wirklich mit ihrem Potenzial entfalten können und nicht so, ah, ihr habt psychologische Sicherheit, das ist ein gutes Stichwort, gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Dass man sich was trauen kann, weil man nicht Angst haben muss, dass man dafür bestraft wird hinterher, wenn es nicht klappt. Oder weil man vielleicht irgendjemandem noch auf den Fuß getreten ist. Und das ist eigentlich das Thema. Und so ein Kulturthema in einer Company, und da wird es auch, irgendwann tut es dann weh, weil du dann über Management und Managementkultur reden musst. Und das machen die Leute nicht so gern. Dann ist es leichter, als ich vielleicht ein Fahrrad-Abo irgendwo jetzt. Und so, also du hast jetzt gerade so ein bisschen die Firmenperspektive ja auch, also so ein bisschen deep, diese Needs, du hast zwei angesprochen, dieses Leisten und die Motivation. Und das sind immer auch Tat- oder Themenkomplexe, die uns jetzt in der Hacks Plus, die wir in Berlin veranstalten wollen, auch erwarten, oder? Ja, genau. Also das Human ist natürlich noch viel größer. Wir haben jetzt über die Seite von Kunden gesprochen, über die Seite von Mitarbeitern. Human bedeutet letztendlich, dass wir alle, die wir uns als Menschen entwickeln wollen. Und ich mag mittlerweile die Perspektive, dass wenn man Wirtschaft betrachtet, Wirtschaft eigentlich nur ein Verbindungsstück ist zwischen Menschen. Menschen, die irgendetwas machen und Menschen, die das dann wiederum benutzen. Das ist eigentlich, so meine ich, wenn Human to Human, hört man jetzt ab und zu mal in letzter Zeit. Ich mag den Begriff Human to Human, aber ich meine ihn so sozusagen. Das geht jetzt nicht so zu sagen, das ist jetzt kein Marketing-Trick oder sowas, sondern es geht darum, dass das Leben von Menschen reicher wird durch das, was wir tun. Und bei der Hacks Plus werden wir deswegen auch verschiedenste Sichtweisen da drin haben. Also wir haben klassische Perspektiven aus der Customer Experience dabei. Ich erzähle zum Beispiel auch was zum Thema Nachhaltigkeit und was sozusagen eigentlich in Menschen los ist, welche Bedürfnisse eigentlich dafür sprechen, nachhaltig zu handeln und welche aber auch verletzt werden möglicherweise durch nachhaltiges Handeln, weshalb es so schwierig ist, die Leute da hinzukriegen, dass sie das machen und wir häufig noch falsche Strategien haben. Dann haben wir zum Beispiel den Bastian Bärenfänger dabei, der redet als Human is the next big KPI, das ist so sein Topic, wie ist eigentlich menschlich reichhaltige Arbeit, wie macht man sowas, welche Kultur brauchen wir dafür. Da haben wir diese, sagen wir mal, HR-Perspektive da drin. Wir reden über neue Technologien, Web 3.0, was ist das? Technologie ist ja immer ein Katalysator, beschleunigt immer irgendwas, schafft neue Möglichkeiten. Dann kommt Thomas Weiß zu uns. Genau, der Thomas Weiß von euch ist mit dabei. Wir haben den Tim Reusch zum Beispiel von Vitra, der macht sich Gedanken darüber, wie kann ich Kultur in Arbeitsflächen und Arbeitsräume übersetzen und Voraussetzung dafür ist, dass man sich mehr darüber im Klaren ist, was haben wir eigentlich für eine Kultur oder welche wollen wir haben. Dann haben wir auch noch zwei Beiträge, die ich besonders spannend habe, also Karin Golter will ich auf jeden Fall noch erwähnen, für mich ein totaler Fan, weil es für mich der Erste gewesen ist, den ich wirklich live erlebt habe, der gesagt hat, wenn wir weiter so machen wie vorher, ist Design und Innovation ein Problem. Wir sind Teil des Problems, wenn wir es nicht schaffen, Wirtschaft zirkulär zu gestalten und dafür Lösungen zu entwickeln. Also zirkuläres Design finde ich super spannend und dann haben wir noch zwei Leute, wo ich total happy bin, ganz andere Perspektiven nochmal. Wir ermöglichen einmal den Johannes Fleischmann, ein österreichischer Violonist, mit dem habe ich gerade gestern telefoniert und war völlig geflasht. Über Inputs über Arnold Schönberg, die ich noch nie gehört habe. Man sagt so, es ist ja so, also mir jedenfalls geht es so, dass man sich gut inspirieren lassen kann davon, was andere Leute wie andere Leute Probleme angegangen sind. Arnold Schönberg hat zum Beispiel so, hat von verschiedensten Seiten immer irgendetwas zur Perfektion getrieben und das dann übertroffen, so wie Zwölftonmusik, nachdem er genug alte Musik gemacht hat. Und konnte noch viele andere Sachen, Schachspiel, Tennis und keine Ahnung was. Also da bin ich sehr gespannt, überhaupt was bedeutet Experience aus der Sicht eines Künstlers. Und dann haben wir noch Sophie Weißenberg, die wird wahrscheinlich nicht live vor Ort sein können, sondern per Video, weil sie startet jetzt an diesem Wochenende in der Weltmeisterschaft in Budapest. Leichtathletik ist einer der besten Siebenkämpferinnen. Dann ist sie ausnahmsweise entschuldigt, mein Scherz. Dann drückt mir natürlich die Daumen. Die muss danach noch einen Wettkampf machen und wird deswegen wahrscheinlich tief im Training stecken. Aber dass eine Sportlerin, die Siebenkampf macht, zur Top 10 der Weltspitze gehört und wenn du dir mal überlegst, in deinem Job entweder du oder jemand in deinem Team gehört zu den 10 Besten der Welt. Egal was ihr macht. Ob du Podcast-Produzent bist, ob du Gestalter bist, Manager, Top 10 der Welt. Man, Alter, was bedeutet das? Wird die Luft dünn, ne? Genau. Und sich da mal so ein bisschen Erfahrung abzuholen, wie kann man sowas eigentlich schaffen? Ja. Und selbst wenn wir vielleicht nur Top 20 sind zum Schluss, wäre es trotzdem cool. Wahnsinn. Ja, da sind wir ja hochkarätig aufgestellt quasi, ne? Also Hex Plus, Human Experience and Beyond, 8.9. Richtig? 7.8? 7.8. 7.8. 7.8. 7.8. 7.8. So, das ist Hex Plus, 7.8. Tickets live. Check it out. Hex Plus Website. Ihr kriegt auch natürlich auf unserem Kanal bei 80.20. Jetzt regelmäßig davon was zu hören. Denn das lassen wir uns auch nicht entgehen. Wenn ihr auch dabei sein wollt, dann ab Karten holen. So, lasst uns nochmal zurückgehen. Vielleicht zu Deep und diesen Human Bedürfnissen, Human Needs. Du sagtest ja so eingangs, dass du aus dem Psychologie-Background kommst, ne? Und wie hat sich so deine persönliche Reise dahin so entwickelt? Also zu Deep der Gründung und dann zu sagen, hey, ich möchte jetzt einfach mal weg von diesem Henry Ford-Gedanke. Ich frage die Leute, was wollt ihr? Oh, ich muss mit dem Pferd schneller laufen. Sondern wie du es gerade selber das Bild gezeichnet hast, so eigentlich die Wurzel, sag ich mal, angehen und nicht den Baum, den man oben sieht, ne? Also ich war ein bekennender Ostdeutscher von der Herkunft her. Das hat viele Schattenseiten, aber auch ab und zu ein paar gute Seiten. Ich habe sehr spät erst das machen können, was ich wollte. Das ist nicht ganz unwichtig, weil ich war zwei Jahre lang Tellerwäscher. Das Abitur und ich, wir waren keine Freunde. Ich war nicht so ein Fan der Parteipolitik. Und wenn du halt nicht gesagt hast, was Common Sense war, dann warst du halt auch schnell draußen. Kennt man möglicherweise aus dem einen oder anderen Unternehmen auch. Die, also große Apparate funktionieren zum Teil immer noch ähnlich. Die, das hat, ich bin dann irgendwann aus dem System raus und habe irgendwelche Zeitsachen gemacht. Pferderennbahnpfleger, ich habe im Stahlwerk als Gießer gearbeitet, alles mögliche, aber mehr oder mehr völlig orientierungslos irgendwas gemacht. Okay. Zwischendurch dann auch wieder keine Lust gehabt, frustriert gewesen. Und dann kam Wende und dann habe ich Abitur gemacht. Das habe ich dann auch an der Abendschule gemacht, Berlin-Mitte, in der Linienstraße. Happy to be back in Berlin. Und dann habe ich erst Physik studiert und habe dann gemerkt, es gibt so viele Leute, die sind so viel begnadeter als ich, was Physik betrifft. Da habe ich gesagt, okay, das hörst du ganz schnell wieder auf. Nach zwei Monaten habe ich, glaube ich, aufgehört. Da habe ich gesagt, ich werde immer ein schlechter Physiker sein. Und hat dann irgendwie mir ein anderes Studienfach mit P besorgt, das war in Psychologie. Und das ging auf einmal total easy, muss ich sagen. Also das ging mir selten, das war so leicht von der Hand für dieses Studium, weil die Sachen lasen sich gut und konnte mir das viel besser merken. Und dann habe ich gesagt, okay, das scheint ein Ding zu sein. Und dann hatte ich Glück gehabt und habe nach dem Studium eine Doktorandenstelle bei Daimler bekommen. Die hatten damals eine Forschungsabteilung in Marienfelde in Berlin gehabt. Da ging es um, das war schon ein cooles Thema. Das nannte sich Akzeptanz- und Verhaltensanalyse. Und wir haben damals Sachen gemacht, von denen ich immer noch zehre. Manches kennt man auch. Wie muss sich zum Beispiel ein Leder anfühlen oder ein Lenkrad im Auto? Oder wie muss eine Tür klingen? Oder wie eine Beschleunigung? Wie fühlt sich der Raum an in einem Auto? Das war exakt das, was Experience war. Das nannte sich, den Begriff gab es noch nicht, aber das war genau Experience. Dieses Übersetzen von physikalischen für Ingenieure handhabbarer Dinge, wie jetzt zum Beispiel eine Wegkraftkurve bei einem Kippschalter. Wenn du so einen Schalter im Auto hast und drückst du irgendwo drauf, dann musst du immer irgendwie Kraft ausüben. Und das wird in einer bestimmten Beschleunigung passiert. Das ist erst ein bisschen langsamer, dann gibt es so ein Momentum und dann gibt es schneller und dann ist es wieder vielleicht langsamer oder wie auch immer. Diese Kurven, die haben wir zum Beispiel in den Teams dort mitgestaltet, als Wahrnehmungseben. Das war ziemlich cool. Und da erkennst du dann auch sozusagen, ist was irgendwie werthaltig oder nicht. Übrigens auch ein Aspekt von Leistung, weil wir vorhin Leistung hatten als Bedürfnis. Leistung, Leistungsbedürfnis ist auch ein Aspekt, dass wir gern Qualität haben wollen. Wir wollen gerne sehen, dass jemand anderes was geleistet hat und das schätzen wir wert. Und das hat so zwei Aspekte. Und von da hatte ich so gedacht, ja, und dann hat es mich zum ersten Mal gestochen. Und ich dachte, ja, das ist zwar cool, ist eine geile Firma, es hat super Spaß gemacht, das Team war toll, tolle Themen. Und dann habe ich auch gedacht, ja, okay, von dem, was du machst, siehst du aber im Auto relativ wenig. Das ist bei so einer langen Wertschöpfungskette wie bei einem Auto passiert das eben. Und dann habe ich so gedacht, hm, mach's dich selbstständig. Dann habe ich zum ersten Mal eine eigene Firma gehabt, Berlin Alexanderplatz, um die 2000 herum mit einem Partner zusammen. Und lief zu Anfang ganz gut. Dann ließ es irgendwann nicht mehr gut. Und dann habe ich gesagt, ah, ich hatte ein Kind und dachte so, hm, ich brauche ein bisschen mehr Sicherheit. Dann habe ich angefangen, nochmal an der Universität zu arbeiten. Und dann kam aber diese Idee, dann kam das Thema Experience langsam auf. Und ich dachte, ey, jetzt musst du mal irgendwie innerer Antrieb so ein bisschen. Das war gestern von dem Johannes Fleischmann, fand ich sehr gut. Da war ein Zitat von Schönberg, große Kunst entsteht nicht durch Können, sondern durch Müssen. Und das war wirklich so ein Müssen. Also ich komme nicht klar, es muss hier was passieren. Es muss in diesem Bereich Experience, es muss sich irgendwas weiterentwickeln. Ist das auch ein Nies eigentlich? Zwang? Nee, kann man ja gar nicht sagen. Aber Kreativität ist ein Bedürfnis zum Beispiel. Ja, ja. Nee, Zwang ist natürlich kein Druck. Aber es gibt ja so aus der Psychologie, also ich habe auch einen Sportpsychologie-Background. Da gab es immer hier dieses Flow, diese Idee und auch diese Kurve der optimal Performance, sage ich mal. Also nicht überlastet zu sein, aber auch nicht unterfordert zu sein irgendwo. Und dazwischen, das ist hoch individuell. Aber deswegen, das Zitat kann man ja gut da einbetten. Wenn man eigentlich seine Komfortzone nicht irgendwie mal ein bisschen am Rand der Komfortzone sich befindet, dann bleibt man wahrscheinlich in der Mitte. Ja, wobei ich glaube, der Arnold Schoenberg meinte das mehr als ein Inneres müssen. Also so, du hast irgendwas in dir und das muss jetzt irgendwie erledigt werden. Okay. Und dann hast du auch, dann guckst du auch, dann verschiebt sich deine Anstrengungskurve auch ein bisschen. Tatsächlich ist es so, dass wenn du den optimalen Workload haben willst, die Aufgabe darf nicht zu schwer und nicht zu leicht sein, gerne ein bisschen in Richtung schwer schieben. So, dass es nicht eine ganz symmetrische Gausskurve ist, sondern so ein bisschen Richtung schwer verschoben. Und dann, irgendwann kam ich zur Deutschen Telekom, weil ich die Anfrage, die da kam, total schräg fand. Da ging es darum, kannst du helfen, bei der Deutschen Telekom eine Designabteilung mit aufzubauen als Psychologe. Okay, wir haben Telekom als eine Art Behörde, so war das in meinem Kopf und war damals durchaus auch noch so. Das ist jetzt so 13, 14 Jahre her. Design, das war ich, ich war überhaupt kein Fan damals von Design, weil ich Design aus Berlin kannte, in den Schaufenstern die teuren Stühle, die sich kein Mensch kaufen kann. Und Mode, wo ich so dachte, jetzt sieht auch keiner an. Also sehr oberpflichtige Vorstellungen von Design gehabt. Das hatte ich, glaube ich, gemeint mit vielen anderen Leuten. Und dann eben halt als Psychologe in so eine Konstellation zu kommen, weil die wussten, sie brauchen irgendjemanden, der übersetzen kann die Anforderungen von Menschen an das Design und dann das, was Design gemacht hat, wiederum ins Management hinein und das Ganze in so eine Wertschöpfungskette zu verbinden mit Projektmanagern, Produktmanagern, die das noch nie gemacht hatten. Das war sehr spannend, muss ich sagen, hat viel Spaß gemacht. Irgendwann auch mal was Neues, dann bin ich zu HR gegangen, immer noch in der Telekom und habe dann, das war auch der Schritt von Custom Experience hin, wo ich dachte, okay, das Thema wird größer. Es geht ja auch um Leute, die was gestalten. Vor Employee Experience war noch nicht ein Begriff damals, aber man konnte einfach sehen, dass man sehr viel lernen konnte von dem, was im Bereich Custom Experience passiert war und das rübernehmen dazu, okay, wie gestalten wir eigentlich Arbeit neu. Und das Thema Bedürfnisse hat dann immer geholfen, weil das zum Beispiel, genau das ich gerade erzählt habe mit dem, oh, lass uns irgendwie Performance Management neu machen, da war das ein echter, also wirklich eine Erkenntnis dann zu sagen, ja, wir müssen gar nicht die Performance, die Leute sozusagen irgendwie zwingen, sondern wir müssen die Umstände gestalten. Also im Prinzip die Rahmenbedingungen einfach ändern, dass die Bedürfnisse dann besser ausgelebt werden können, so ein Stück weit, ne? Das gibt so, also, wer dich öfter mal fragt, was sind denn die wichtigsten Bedürfnisse bei der Arbeit zum Beispiel? Also ja, 77 ist natürlich immer viel zu viel, da man kann nicht arbeiten, man muss immer jedes Mal auf den Kontext, in dem du bist, musst du die runterbrechen. Das Arbeit ist halt schwer, weil arbeiten, da machen wir den größten Teil unserer wachen Lebenszeit, arbeiten wir irgendwie. Und dann, deswegen betrifft das unfassbar viele Bedürfnisse von uns. Wir haben uns dann so eingeschossen auf so Mitte 20 Bedürfnisse, so 22, 23 Bedürfnisse, die so besonders wichtig sind, wenn es um Arbeit geht. Respekt hatte ich ja schon gesagt, aber eben zum Beispiel auch Performance nach wie vor. Weißt du vielleicht, welche aus deiner Erfahrung, der ja am, das im Stiefmütterlichsten behandelt wird, oder welche aus deiner Erfahrung, wo du sagst so, hey, das, ne? Also oft wird der und der Need meistens ein bisschen vernachlässigt? Dann bleibe ich mal bei Respekt. Das ist, weil uns das nicht so richtig bewusst ist. Es gibt vielleicht noch ein paar andere, wenn ich ein bisschen länger nachdenken würde, aber Respekt ist mir aufgefallen, keiner Spoiler, auch auf den Vortrag mit der Nachhaltigkeit bei der Hex Plus, da denkt man nicht so direkt dran. Aber ich sage mal, ich sage mal zwei Beispiele. Wenn du in der Unternehmenskommunikation Sachen schreibst, weil du musst irgendwie ein Corporate View irgendwie darstellen, das ist einheitlich und die Leute wissen aber, dass es anders ist, dann ist das gegenüber den Mitarbeitern respektlos und die empfinden das auch so. Daran denkst du aber nicht in dem Moment, wenn du das schreibst. Auch das Management denkt nicht daran, wenn die sagen, hey, schreib mal einen guten Bericht über das und das oder unsere neue Strategie ist so und so, schreib mal was. Die Leute lesen das aber und deren Akzeptanz geht total nach unten, weil die denken, wollen die uns verarschen? Was soll denn das? Die wissen doch, dass es nicht so ist. Und es ist genauso, bei Nachhaltigkeit ist es ganz genau das Gleiche. Wenn du Greenwashing hast zum Beispiel oder auch das Thema, einfach das Thema Elektromobilität. Da hatten wir vor zwei Jahren eine Studie gehabt fürs Umweltbundesamt zusammen mit Infas und noch ein paar anderen Partnern. Und da kam halt raus, als einer der zentralen Punkte, dass die Leute von dieser Kommunikation der Interessensvertreter, die einen sagen, ja, Elektromobilität ist gut, die anderen sagen, hey, Diesel ist immer noch das Beste, was du machen kannst für die Umwelt. Die fühlen sich so verarscht davon und orientierungslos. Die fühlen sich einfach nicht akzeptiert. Also ich bin mehr oder weniger Spielball der Interessensvertreter. Das ist respektlos. Und das führt dazu, dass man sofort einen Abstand nimmt, weil ein Outcome von Experience, Experience ist letzten Endes im Kopf immer so ein Abgleich zwischen was sind meine Bedürfnisse und was passiert gerade. Erfüllt sich das meine Bedürfnisse oder nicht? Und dann wird vielleicht gehandelt. Genau. Und dann wird immer gehandelt. Immer gehandelt. Es wird immer gehandelt. Im einfachen Sinne sagst du, love it, leave it, change it. Wenn dir irgendwas gefällt, dann will ich das haben oder geh hin. Und interessier mich dafür, mach weiter. So klassische Conversion-Messpunkte wären das so. Dann habe ich so ein bisschen, wenn ich es halt nicht mag, dann ist leave it. Und das ist ganz klar leave it. Wenn du merkst, dass du deinen Respekt verletzt, dann sind die Leute weg. Das will sich keiner bieten lassen. Beschäftigen sich nicht mit dem Thema. Das ist schädlich. Das ist schädlich für die gesamte Gesellschaft und für die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion. Weil die Leute sich entfernt von dem Thema und wollen in Ruhe gelassen werden. Was meinst du, wie viele Leute mir, als wir die Interviews gemacht haben, gesagt haben, oh, Thema Nachhaltigkeit und Umwelt, ihr lasst mich in Ruhe. Ich habe einfach zu viel. Ich bin schon längst bei dir. Können wir es überhaupt nicht erlauben. Und dann gibt es noch change it. Also wenn du sagst, ja, es ist jetzt nicht perfekt, aber scheint irgendwas Cooles dran zu sein, hätte das Potenzial, Bedürfnisse von mir zu erfüllen. Sag mal, du kommst in einen Raum, da ist stickige Luft, dann kannst du sagen, oh, ich gehe gleich wieder raus, Mietingraum jetzt mal. oder, ah, ich mache das Fenster auf. Du bleibst noch hier im Raum. Wir mussten die Fenster ausschließen aus Akustikgründen. I love it, ich glaube hier. You love it, sehr gut. Don't leave it. Okay, nee, ich verstehe. Ja, da hast du ja recht. Das ist ja immer eine Handlung. Entweder eins der drei. Love it, leave it, change it. Und jetzt dein Beispiel mit der Nachhaltigkeit oder was du ja meintest, was bei vielen Unternehmen letztendlich dann so ein bisschen, ja, und auf der Strecke bleibt, ist dann dieser Respect, Need oder das Bedürfnis. Und das, ja, kann dann unter anderem daraus entstehen, dass so eine Diskrepanz entsteht zwischen, wie es eigentlich ist und wie die offizielle Kommunikation dann ist von so einer Firma. Und da sind wahrscheinlich, jetzt antizipiere ich und stelle mir so eine Frage und gucke, wie du reagierst, ob du nickst oder so machst, wahrscheinlich sind dann die, die diese Press-Releases und die ganzen, sag ich mal, offizielle Kommunikation verfassen, die sind sich dessen dann gar nicht so bewusst, was das vielleicht für eine Tragweite hat, auch mit ihrer eigenen Belegschaft und Mannschaft. Richtig, also auch für die Zuhörerschaft, ich nicke jetzt. Ja. Ne, genau. Also deswegen sind das immer so kleine Augenöffner, wenn man sagt, was macht das eigentlich mit den Leuten, welche Bedürfnisse, also vorher hatten wir absolut nicht auf dem Schwung gehabt, wenn wir über Elektromobilität reden, dass Respekt ein Thema wäre. Das war auch für mich selber eine Überraschung gewesen. Was, wenn wir bei Nachhaltigkeit bleiben, was schon länger, glaube ich, deutlich ist, ist, dass du Nachhaltigkeit bei den meisten Menschen gar nicht adressierst über Verantwortung. Das ist sehr schwierig, den Leuten immer zu erklären, obwohl Verantwortung ein Bedürfnis ist. Nachhaltigkeit selber ist kein Bedürfnis von uns. Das ist eine Eigenschaft von Produkten, Services oder von wie ich handele. Aber warum kann ich nachhaltig sein? Zum Beispiel, weil ich Verantwortung übernehmen will für die nächste Generation. Das ist aber so weit weg, dass die meisten Leute sagen so, oh nee, schlechtes Gewissen haben wir hier auch nicht andauern. Und Auto ist ein gutes Beispiel. Du kriegst halt einen klassischen Autofahrer schneller zu einem Elektroauto, wenn du über Performance und Innovationen gehst. Und du sagst, das ist die Zukunft des Autofahrens. Wenn du dir einen Verbrenner kaufst, Alter, bist du sowas von gestern oder 2020 oder was auch immer. Und wenn die dann an der Kreuzung auch noch schneller weg sind als mein schöner Benziner, dann kommen die Leute ins Nachdenken. Und dann ist das Thema anders besetzt, sozusagen. Dann ist Nachhaltigkeit auf einmal sexy und innovativ. Und das sind einfach verschiedene Bedürfnisse, die man halt durch so etwas wie Nachhaltigkeit adressieren kann. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, weil ganz selten sozusagen adressieren wir nur ein Bedürfnis. Und ganz oft ist es auch so, dass Menschen Bedürfniskonflikte haben. Da sagen, ja, ich würde gerne aber. Das ist meine liebste Methode, wenn wir jetzt in Design Thinking oder wie auch immer Innovationsworkshops sind. Wenn du an den Punkt kommst, dass Leute dir sagen, ja, am liebsten würde ich das und das aber. Weil dann kannst du genau sagen, schönes Beispiel ist Babyfone. Das nehme ich immer als Lehrbeispiel dafür. Das beste Smart Home Gerät hatte vorletztes Jahr sein 50-jähriges Bestehen, das Babyfone. Kein Mensch will sehen, wie in seiner Wohnung eingebrochen wird, wenn er irgendwie im Urlaub sitzt. Da hast du nicht so viel von. Aber Babyfone funktioniert und jeder, der Kinder hat, hat, wenn er die Möglichkeit dazu hat, auch ein Babyfone, weil es löst einen Bedürfniskonflikt auf, der total offensichtlich ist. Bevor es das gab, das Babyfone, musstest du, wenn du gute Eltern sein wolltest, dein Selbstbild sozusagen ist, ich möchte auf alle Fälle guter Eltern sein und du sorgst dich um dein Kind, Providing sozusagen, sich kümmern um jemanden, jemanden versorgen ist auch ein Bedürfnis natürlich. Naja, dann bist du immer in Hörweite oder in Sichtweite und bist immer auf dem Sprung. Du bist quasi das Babyfone, ja. Genau, sozusagen richtig. Du bist der Empfänger und es muss ganz dicht sein. Und in dem Moment, und auf der anderen Seite, was dabei runter leidet, hättest du damals Henry Ford Research gemacht, und dann, und wenn, noch ein bisschen mehr gefragt sozusagen, ja, warum, und wenn die sagen, ja, okay, mich stört das vielleicht, vielleicht würde ich doch gerne mal auch was für mich machen. Also dieses Bedürfnis Freiheit, hätte man vielleicht politisch korrekt gar nicht, als gute Mutter, guter Vater, gar nicht artikulieren können, weil das heißt ja gleich, oh, du hast liebst dein Kind nicht oder so. Und dieses Bedürfnis, diesen Bedürfniskonflikt auflösen zwischen, ich möchte gerne ein guter Mutter, Vater sein und auf der anderen Seite möchte ich aber auch noch irgendwie selber frei sein. Das schafft eben so kleines technisches Geld wie ein Babyfone, weil auf einmal kriegst du räumliche Freiheit, mit der räumlichen Freiheit kriegst du auch soziale Freiheit, weil du kannst mit Leuten dann auf einmal zusammensitzen, grillen, Fernsehen gucken, auf dem Sofa abhängen, was auch immer, mit Partner und Partner. Das wäre früher so nicht gegangen. Und deswegen kaufen alle Leute so ein Babyfone und das ist verdammt auch mal auch gut, eine gute Erfindung für die Welt, weil du löst einen Bedürfniskonflikt. Findest du sowas, dann herzlichen Glückwunsch, da kannst du dann wirklich kreativ sein. Das finde ich, ne? Ja, genau. Und daran arbeiten wir mit unseren Kunden viel, solche Bedürfniskonflikte zu finden in dem Produkt- und Servicebereich, in dem wir sind. Du hast ja diese 77 Needs auch als Karten, ne? Ich stelle mir so gerade bei dem, also zeichnen sich so Bilder in meinem Kopf ab, so dieses, ne? Konfiguration Babyfone, noch einmal schieben sich da Karten zurecht, zack, 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 so, ne? Und das ist wahrscheinlich das, was du meintest mit dieser Konfiguration, die man versucht irgendwie zu finden mit Service und Produkten, dass man erstmal sich vielleicht klar wird, was will ich denn überhaupt mit dem Service jetzt ansprechen oder abdecken, ne? Oder vielleicht auch erstmal analysieren von bestehenden Services, dass man sagt, so, pass auf, sind wir uns eigentlich dessen hundertprozentig bewusst, was wir damit eigentlich, ja, welche Needs wir damit satisfien, wie man so schön sagt, oder welche Bedürfnisse wir damit stillen, ja? Das ist wahrscheinlich auch interessant ganz oft bei solchen Ist-Analysen, oder? Ja, genau. Also das, du kannst mit dieser, diese Bedürfnissebene, das Recht, wir haben das, damit man das irgendwie anfassbar machen kann, haben wir das als Karten beschrieben, damit man nicht jetzt ein ganzes Buch lesen kann, muss, schreibst du auch noch ein Buch, aber das dauert ewig, wahrscheinlich bis lesen. Und Karten sind ganz gut, also Workshop angepasstes Tool, auf hundert Worten ungefähr beschrieben, was ist so ein Bedürfnis. Dann ist da immer noch eine Illustration zu, weil manche Leute, glaube ich, also mit Bildern halt besser umgehen können. Und wir haben immer draufgeschrieben, welche Emotionen sind eigentlich damit verbunden. Weil das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Bedürfnis erfüllt, ja oder nein, und daraus entstehen verschiedene Emotionen. Zum Beispiel, wenn ich nicht respektvoll behandelt werde, nehmen wir das Beispiel von vorhin, dann fühle ich halt irgendwie mich minderwertig, dann fühle ich, oder auch wütend werde ich dann sozusagen gegenüber dem anderen, weil ich denke, was bildest du dir eigentlich ein? Emotionen sind übrigens superschwer zu beschreiben. Also die meisten Emotionen, für die haben wir gar keine richtigen Wörter. Deswegen gibt es Poesie, by the way. Auch ein Grund, Künstler einzuladen. Die drücken Emotionen. Hacks Plus. Haben wir bei der Hacks Plus dabei. Genau. Du kannst zwar Alternativlisten durchgehen, das sind aber nur ganz grobe Umschreibungen für irgendwas. Die wirklich großen Gefühle, die erlebst du bei Musik, bei Filmen, bei Gedichten und das ist immer mehr als ein Wort. Aber sowas schaffen wir mit Service und Produkten auch. Und dem kannst du dich halt über diese Bedürfnisse nähern. Und mit den Karten kann man sehr gut, also die kann man durch eine ganze Gestaltungsmethodik bringen. Das hilft dir, deine Research, wenn du Research machst, was man machen sollte, um zu verstehen, was ist jetzt eigentlich in diesem Kontext wichtig, welche Bedürfnisse sind das, die zu sortieren, sodass alle das Gleiche darunter verstehen. Ah, wir reden über Kontrolle. Und wenn ich jetzt sage Kontrolle, da hat jeder eine eigene Meinung zu. Was soll denn das sein? Deswegen haben wir uns mal die Mühe gemacht, zu beschreiben, was ist denn Kontrolle. Und Kontrolle ist, um das mal kurz aufzulösen, mal schon ein Antisern, eigentlich schaffe ich es, mit dem, was ich tue, mein Ziel zu erreichen. Das ist Kontrolle. Und alles, was mich daran hindert, zum Beispiel, ich kriege keine Fehlermeldung, ich drücke auf den Button, nichts passiert. Ich denke, hm, drück nochmal drauf, dann ist das System überlastet. Ich komme irgendwie nicht dahin, wo ich hin will. Oder ich würde gerne einen öffentlichen Nahverkehr nutzen, da ist aber keine Busseitestelle. Da, wo ich wohne, habe ich keine Kontrolle darüber. Das ist so. Könnt ihr euch gerne die Karten angucken. Da steht noch mehr drauf. Wir reden natürlich bei der Hex Plus auch über Bedürfnisse und werden das, das lass mich kurz sagen, den Inhalt, das, was die ganzen Vorträge machen, das ist mir wirklich wichtig, weil es gibt natürlich Konferenzen, gibt es ganz viele. Wenn ihr jetzt sagen würdetst, oh, was ist das Besondere bei jetzt Hex Plus, dann würde ich sagen, zum einen sind wir sehr community-orientiert und auf Lernen. Und dieses Lernen, das gemeinsame Lernen, das schaffen wir dadurch, dass wir zwei Methoden während der ganzen Konferenz nutzen. Das eine ist Panorama-Methode, da geht es darum, die zentralen Inhalte eines Themas, einer Message sozusagen zu extrahieren und dann vielleicht auf ein anderes Gebiet anzuwenden. Raphael Gehgen von Vitra benutzt das zum Beispiel für sein Work-Paranorama, reißt damit um die Welt und das ist total geil, soll ich sagen. Und das andere ist sozusagen, wir packen immer auch noch die Human Needs dazu und gucken, okay, warum ist dieses Thema für Menschen wirklich relevant? Weil ohne dass ein Bedürfnis davon oder mehrere berührt werden, ist es nicht relevant für uns. Und daraus werden wir dann, glaube ich, ein Extrakt dieser ganzen Inputs, die wir bei der Konferenz haben, bekommen, die du sonst nirgendwo kriegst. Mensch, Guido, das hat sich ja fast so an, als ob man sagen kann, die Besucher der Hex Plus haben alle ihre Needs satisfied wahrscheinlich, wenn sie, hoffentlich. Also auf jeden Fall machen wir uns da extrem viele Gedanken im Vorhinein. Genau, ein bisschen Research haben wir natürlich auch gemacht, sonst würde ich das ganz schlecht machen, sagt mir, Schuster hat die schlechtesten Schuhe, aber doch, wir haben tatsächlich, zum einen haben wir die Hex Plus ja schon einmal gemacht und zum anderen, also da kamen wir noch aus Corona, da war dieses Zusammensein wirklich noch was ganz Besonderes. Tatsächlich haben wir das übernommen, die Hex Plus gibt es nicht digital, die gibt es dieses Jahr jedenfalls noch nur vor Ort, auch weil wir mit diesen Methoden arbeiten wollen, das macht sich dann auch gar nicht gut, wenn man das dann hybrid irgendwie machen würde. Dann soll das wirklich auch ein Ort vom Zusammenkommen sein und reden, viel reden. Der Anteil von Speeches zur Kommunikationszeit untereinander ist so niedrig, also sagen wir mal, so gut für das Miteinanderreden wie sonst auch nirgendwo. Okay, lass uns vielleicht noch mal eine Sache vielleicht ein bisschen zum Ende hin aus deiner Erfahrung jetzt, vielleicht auch losgelöst von der Hex Plus, die wir jetzt erwähnt haben, wenn du jetzt deine Expertise betrachtest mit diesem 77 Human Needs, die du, die Karten, die du im Prinzip entwickelt hast, die du anwendest, und jetzt so ein bisschen die, ja ich sag mal, die letzten 10, 15 Jahre geht es ja immer los, Stichworte Industrie 4.0, Digitalisierung etc. Das heißt, jetzt mal einfach als These von mir reingeschmissen hier, jetzt kommen ja viele Produkte und Services, die auf einmal in irgendeiner Art und Weise eine Digitalisierung erfahren. Verschieben sich dann auch die Needs oder ändern sich die Needs auf irgendeine Art und Weise oder vielleicht sagen wir mal so, das Anforderungsprofil eines Produkts und eines Services in einer digitalen, sag ich mal, oder in einem digitalen Setting, dass auf einmal andere Needs da wichtiger sind, ist das der Fall? Weil sonst würde ich ja sagen, krempeln wir uns ja gerade komplett um, wenn wir die Needs Perspektive betrachten, oder? Ja, die Frage ist gut gestellt, weil tatsächlich fragen manche oder sagen manche Leute auch mit der Digitalisierung entstehen völlig neue Bedürfnisse. Das ist Quatsch, muss ich mal so sagen. Weil die Bedürfnisse, die sind, also kommt darauf an, welche Weltphilosophie man hat, entweder sind wir evolutionär entstanden oder irgendwie kreiert worden. Trotzdem sind die uns gegeben. Die sind Teil unseres Genoms und die sind auch relativ konstant. Das müssen jetzt nicht 77 sein. Das ist jetzt unser Ansatz. Ich sage immer so plus minus 10 Prozent. Es sind vielleicht mehr als 8 und 10, sind es definitiv. Maslow kennt glaube ich jeder, nur der hat so ein paar und 30 gehabt. Das ist schon ein bisschen alte Theorie und Pyramide ist glaube ich nicht mehr so aktuell und fehlt auch so ein bisschen Beschreibung, was die Bedürfnisse wirklich sind. Also es ist schon so, dass mit der Digitalisierung neue Bedürfnisse, also neue nicht, die gibt es ja schon, aber die werden aktivierter, als sie vorher sind. Du musst dir das vorstellen, entscheidend für unser Leben ist, welche Bedürfnisse sind gerade aktiviert und wie werden die erfüllt durch das, was ich bekomme. Und welche aktiviert werden, das kannst du zum Beispiel durch Marketing machen. Also jetzt brauchst du auch nicht mal Digitalisierung dafür, um das Zeug zu erklären. Der Job von Marketing in einer Company ist eigentlich, Bedürfnisse vollkunden zu aktivieren. Die schaffen Kontexte, die Bedürfnisse aktivieren. Das macht Marketing. Und da drin steckt eine riesen Verantwortung, weil du kannst eben locker mal Bedürfnisse aktivieren, wie zum Beispiel Besitzen oder so, wenn eigentlich Nachhaltigkeit und Verantwortung oder wie auch immer hinterlassen ist ein Bedürfnis zum Beispiel, ein wichtigeres Thema für die Gesamtheit wäre. Du kannst sehr kurzfristig Sachen aktivieren, die eigentlich Schaden verursachen, um das schnellen Erfolges willen. Deswegen ist Marketing für mich auch immer eine sehr moralische Aufgabe. Dann, also das ist das eine Thema, ganz verschiedene Bedürfnisse aktivieren, was Digitalisierung halt zum Beispiel kann. Und dann, also die ganze Debatte jetzt, wo arbeiten wir? Arbeiten wir in Räumen? Arbeiten wir zu Hause? Wenn wir in Räumen arbeiten, ich glaube, also ich bin auch ein großer Fan von nicht in Räumen arbeiten. Das habe ich schon lange vor Corona gemacht. Bin irgendwo an Fluss gegangen und habe gearbeitet, weil sozusagen mein Bedürfnis zum Beispiel Kreativität da besser zu erfüllen war. Ich habe mir halt den Raum gesucht, wo das Bedürfnis besser zu erfüllen war. Das kann natürlich nicht jeder Arbeitnehmer machen. Bei mir war das immer ganz gut möglich. Jetzt können das ganz viele Leute machen. Können zum Beispiel Familie als ein Bedürfnis viel besser in Einklang bringen. Das geht durch Digitalisierung. Mal ein Beispiel. Auf der anderen Seite kannst du dann fragen, warum sollen Leute noch ins Büro kommen? Was ist das? Und dann muss man ganz klar sagen, ja, da geht es um Community und Kreativität zum Beispiel. Um den Bandraum. Ja, du baust den Bandraum. Weshalb kommen Leute eigentlich zusammen? Die kommen nicht zusammen, um nebeneinander stumm zu arbeiten, Telcos zu machen, Autos zusammenzuschrauben oder was auch immer. Sondern die kommen zusammen, klassischerweise, um sich auszutauschen auf verschiedensten Ebenen, aber irgendwie miteinander zu interagieren. Und das kann nach wie vor, Office will ich gar nicht mehr sagen, aber ein Raum, ein Space, wo man sich kann das leisten. Besser als jetzt eine Telco oder eine Videokonferenz. Dafür sind aus meiner Sicht diese ganzen neuen Räume, das ist ihre Aufgabe, dass sie das schaffen. Diese Bedürfnisse jetzt besser zu befriedigen als früher. Genau, die Möglichkeit zu haben. Aber das ist ja dann eigentlich schon so ein Ja zu der Frage, dass durch diese Digitalisierung, die jetzt nach und nach sukzessive Einzug erhält, sei es in unserem alltäglichen Leben, sei es in unserem Berufsleben, sich da schon im Prinzip entweder neue, also du hast ja gerade so gezeichnet, zum Beispiel jetzt Bedürfnis Familie, Social, Belonging, egal wie man es nennt, durch Homeoffice zum großen Teil auf einmal besser ausgelebt werden können oder sagen wir flexibler. Und das heißt ja schon, da ist ein Gefüge gerade, was sich neu verschiebt, sage ich mal. Oder die Karten werden neu gemischt, jetzt auch nochmal in deiner Sprache dann auch, oder? Richtig, auf alle Fälle. Die werden neu gemischt und man muss sich halt überlegen, also mit jeder neuen Technologie oder mit jeder Produktidee oder Serviceidee, die ich habe, spreche ich halt Bedürfnisse an und wenn ich das besser mache, und das kann man übrigens, kann man diese Bedürfnislogie auch sehr gut benutzen, um zu analysieren, was ist gerade los? Also Benchmarking im besten Sinne zu machen. Also warum ist eigentlich was erfolgreich und warum nicht? Weil da sind immer dann Bedürfniskonflikte drin oder eben halt Bedürfnisse besonders gut befriedigt werden. Wenn du jetzt in Amerika zum Beispiel hast, dass die Leute nicht zurück wollen ins Office und wirklich Zoom habe ich jetzt gerade gestern gelesen, Zoom, was halt so Ironie des Schicksals, halt zur Ecke und alle wieder zurück ins Office. Die sagen, ja, aber wir haben doch Zoom und dann machen die im Office Zoom-Konferenzen. Was steckt da dahinter? Das Bedürfnis nach Kontrolle im Sinne vom Management, aber das ist eben nicht das Bedürfnis der Mitarbeiter. Also um nochmal auf das Thema Respekt zu kommen, zieht sich wie so ein roter Faden hier heute. Die Leute erleben dort eben keine respektvolle Situation. Und deswegen wollen die da auch nicht hin. Das ist dieses Leave it. Und da musst du so viel in Kultur auch ändern. Und das, ja, genauso, wenn jetzt über AI und JetGPT und wen auch immer, welche Technologien sprießen da sozusagen, die waren auch schon wahrscheinlich wie Pilze die ganze Zeit unter der Deck und jetzt das Mycel war schon da und jetzt kloppen die alle auf. Es ist total Wahnsinn. Ich habe noch nie so eine Geschwindigkeit von Veränderung erlebt wie jetzt, muss ich wirklich sagen. Also jetzt momentan fliegt einem das um die Ohren. Dann, wenn man sich so überlegt, wenn ich ein bisschen böse bin, würde ich sagen, es gibt so eine Menge Tätigkeiten, die repetitiv sind und jetzt nicht auch sehr kreativ. Und eine, die mir als allererster eingefallen ist, ist, wenn ich auch Managementaufgaben hatte, das Slide basteln, um irgendwelche Management-Sachen abzudecken, das ist eine der ersten Sachen, wo ich sagen würde, was kann so ein System viel besser? So eine Aufgabe braucht kein Mensch mehr. So eine Leute braucht kein Mensch mehr. Naja, das verändert vieles. Und da kann man sich überlegen, jetzt mal positiv betrachtet, ja, was machen wir denn dann, was unsere Bedürfnisse erfüllt, wenn wir so einen Quatsch nicht mehr machen müssen? Dann bleibt eben tatsächlich mehr Raum in der guten Entwicklung, um sich zu überlegen, ja, lass uns doch kreative Lösungen finden für Themen, die wirklich wichtig sind. Und nicht die ganze Zeit. Oder nicht nur Feuer ausmachen, wie man es sonst so kennt. Ja, und da freue ich mich wirklich drauf, muss ich sagen. Warum ich alles keinen Bock habe beim Arbeiten, was mir vielleicht abgenommen werden kann. Ja, das ist ja auch nochmal ein interessanter Gedanke, dass viele befürchten ja nur Wechsel durch diese Technologien, also das wird drin und dann, der Job wird drin und dann. Aber auch wichtig vielleicht und auch viel wichtiger, noch vielleicht darüber nachzudenken, wie kann man die Zeit nutzen, wie kann man die Leute nutzen, wo kann man hingehen und wo werden vielleicht neue Jobs auch entstehen? Da bin ich total entspannt, muss ich sagen. Da bin ich total entspannt. Ich bin 55, also eigentlich ein Alter, wo man, ich habe viele verschiedene Jobs gemacht, klang ja vorhin schon an. Aber das ist, also bis jetzt ist es immer so gewesen, dass eine neue Technologie auch neue Arten von Arbeit ermöglicht hat. Da kannst du wirklich anfangen vom Flug oder ich hatte mal beim Auto gehabt, mein erster Professor für Ingenieurpsychologie, Hartmut Wandke, Grüße gehen raus, wird es wahrscheinlich nicht hören, aber vielleicht kennt ihn jemand. Da hat man ein Beispiel erzählt, als er damals sein erstes Auto hatte, da musste man vor jedem Berg noch aussteigen und den Vergaser anders einstellen. Das vermisst kein Mensch, dass du das nicht mehr machen musst. Das vermisst keiner. Und genauso wird es eben zum Beispiel mit Bullshit-Bingo-Folien machen sein. Das ist ein schönes Wort, Bullshit-Bingo-Folien. Super, Guido, pass auf, dann würde ich sagen, wir runden es ab. Für alle, die jetzt Spaß hatten am Zuhören und sagen, Lust auf mehr, haben wir die Hext Plus anzubieten, Human Experience and Beyond. Natürlich 7.8. in Berlin, also back to the roots für dich ein Stück weit. Und darf man ja auch mal sagen, im Berliner Space von 80-20. Da freue ich mich sehr. Vielen Dank für den Support. Und das wird spannend. An der Nahtstelle zwischen alter Industrie, Schreibfederhöfe, so richtig schön, so Industrie in Berlin und Web 3.0, Arbeiten 4.0, Gesellschaft 250.0. Genau, ich wollte gerade sagen, wir machen uns dann einen schönen Cocktail und nehmen uns, wie du gerade sagtest, die Zeit, einerseits die Impulsvorträge zu bekommen von den Speakern, die du gerade vorgestellt hattest oder angeteasert hast und auch immer wieder uns mit dem Content auseinanderzusetzen und den auch wieder in seinen eigenen Kontext oder in neue Kontexte wiederzusetzen. Das ist unser Anspruch, dieses Lernen oder die Rahmenbedingungen des Lernens zu schaffen. Genau. Also jeder geht reicher nach Hause, als er gekommen ist. Das ist versprechend. Super. Guido, vielen Dank für deinen Podcastbesuch. Danke auch. Danke für deine Gastfreundschaft. Hier in Bonn auch? Gerne. In the Lines darf man ja auch mal erwähnen. Ein sehr cooler Coworking-Space hier in Bonn. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, der Firma ein festes Office zu geben, sondern wir sind Coworking. Ja, cool. Ich habe die Kaffequiche schon gesehen, da können wir gleich nochmal hin, wenn du noch Zeit hast. Terrasse gibt es auch. Terrasse gibt es auch. In diesem Sinne? Kein Kicker. Kein Kicker. Wollte ich gerade sagen, ab in den Bandraum. So, vielen Dank, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.